Seid ihr dann auch gleich soweit? Nächstes Mal nimmst du das scharfe Messer mit. Nicht immer nur die Fähre. Ja eben, das dauert viel zu lange. Ja. Ich hab halt nur eine Kinderschere bekommen, ich bin so klein, ich durfte nichts vorsorgen. Nooo. Cute. Ach ja, ich kann ja hier schon mal abgeben. Wenn man hier schon mal ist. Holzlöffel. Genau. Genau, Iron. Holzlöffel. Äh, da hinten. Nee, Holzlöffel ist verboten. Da sterben ja Bäume für. Auch wieder wahr. Wir schnitzen uns einfach einen Löffel aus Groot. Ja. Und warum? Weil stumpf ist und mir weh tut. Boah. Der stumpf ist stumpf, ne? Ach ja, ich brauch ja noch das Auge. Den Augeapfel. Das war ja was. Ich hatte das schon wieder verdrängt. Ja, ich kämpfe hier gerade durch die ganzen Orks. Die Orks. Ach ja, die Orks. Die Orks. Garstige Orks. Garstige Orks. Garstige Orks. wir haben uns gestohlen so wo ist mein augapfel ich würde sagen in deinem kopf ansonsten würde ich mir sorgen machen ich meine den anderen den grünen mein kopf brennt ich habe zwei begleiter rechte seite einfach nur aufs auge konzentrieren ich mache den rest okay nein 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 das hat nicht funktioniert ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas an ja okay joa vielleicht vor der festung noch da sieht auch schon alles tot aus oder hat es trotzdem geklappt weil ich den irgendjemand an ne kann sein also ich habe den abgegeben und du standst ja im camp also vielleicht hat das für dich auch gezählt ja weil der grüne steil nämlich weg ist dann hat es wahrscheinlich für mich gezählt geil ich habe kein ziel also ich sehe sie bei dir im questlog auch nicht okay ja gut dann habe ich sie durch dich abgegeben ja optimal außer es ist noch einmal okay aber ich die braucht noch da ist ein auge äh kitty hast du die quest noch mit dem einfangen ich muss jetzt die augenklappe holen schon ja ich auch ach so ja dann sind wir alle auf dem gleichen stand ich brauche jetzt auch noch die augen ich brauche jetzt auch noch die augen ich brauche jetzt auch noch die augen das ist der typ in der höhle unten ah ok das wäre jetzt meine nächste frage gewesen luna wieder wach halbwegs auch die ist beweg warte mal noch kurz auf ja du 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 alles gut du hattest die nacht schon nicht geschlafen alles gut es sei dir gegönnt dein schlaf ja ich habe irgendwie nicht auf weh gedruckt denke mir so helfen lauf ich nicht ja mit drei lauf ich nicht es gibt auch automatisch laufen ja ich weiß problem ist damit mache ich mein nam pad an ich könnte mein stream beenden ich habe es mir aufs mausrad einlegt ja gut ich könnte es auch mit mausrad machen aber dann kann ich mich nicht mehr nach links und rechts bewegen also nicht so schön also so dass ich dann auch die gegend beobachten kann ja das stimmt deswegen nervt mich das mausrad so ein bisschen vergleich kann man drei in die vier ausdauer 3 vielseitigkeit 4 int 6 ausdauer 3 crit 2 vielseitigkeit allein schon weil da mehr int drauf ist das kam von der unerschüttlichen der unerschüttlichen ja links hier würde ich sagen die bruch da mal ausräumen den ganzen geistern mal angst machen ja gleich dann klappt wieder zurück geistern 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 mit flügeln es ist schon tot was willst du an ich werde mich da noch die ganze zeit aufregen ich habe so bock auf die erste in die also wir könnten jederzeit weinen die mission haben wir glaube ich alle schon ne die gibt es auch alle drin ja also das wurde mittlerweile schon lange geändert also die quest für die dungeons sonst gibt es mittlerweile in den dungeons man muss die draußen gar nicht mehr einsammeln höchern ist die ganze führer und sie entscheidet wann wir dahin gehen oder nicht richtig ja ich brauche noch nein wir machen das gleich keine angst es juckt mich tatsächlich auch schon so ein bisschen in den fingern ich brauche ein ziel das ist kein von ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich kann das nicht angreifen wie geht es alles gut bei dir ich brauche ein ziel ja es ist ww ein herr dufte hat den 24er eingelöst und wir haben abgemacht dass wir ww spielen 24 können lang und jetzt laufen wir hier und machen die geister unsicher ich mit meinem style schon hören an aus hochfeuer ich bin kitty und ich habe einen hut es wäre glaube ich geiler gekommen wenn ich wobei selbst mit den blauen augen geht es kannst du gerne machen diese girl ist on fire wenn das geht ja oh nein das läuft ein mensch um ich habe kein ziel ich bin aus der reichweite ich muss erst etwas anvisieren ich kann das nicht angreifen das ist ja noch nerviger als dieses error sound den ff ja ich weiß das geht mir ja auch auf den keks manchmal ist es weil ich zu schnell bin zu ungeduldig und manchmal ist es weil er das die gerade tot gemacht hat wie er er ist das etwas was ich spiele ich brauche ein ziel ich bin mir nicht sicher aber ich bin der meinung man konnte die auch ausschalten wenn ja wie ja das weiß ich nicht äh 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 sollte mit in weit wie salami art und dawn gehen ähm du meinst im chat er möchte gerne in unsere gruppe eingeladen werden genau da er da salami auf dem anderen server ist wahrscheinlich kann er so uns besuchen kommen dennoch ich habe keine ahnung ja wir können auch zusammen minis machen mit wenn du auf dem anderen server bist musst du minus server also nachdem wo der charakter alt ist will das mal kurz einer machen ich bin zu blöd dafür äh ja dann musst du äh den guten dufteln ne ne gar nicht mehr man braucht keinen gruppenführer mehr zum einen ui ich bin doof ich habe keine ahnung was ich hier tue ich bin froh wenn ich weiß wie ich nach vorne komme ich bin tatsächlich richtig doof was das angeht das einzige was ich mache muss ist bestätigen ja anzeige ist raus anzeige ist raus anzeige ist raus ich lauf da jetzt gerade fast nur im schlüppi rum oh yeah das ist immer so weird oh da hinten ist noch eine quest die guckt mich noch so an äh ja da müssen wir die leeren wandler töten glaub ich blechwalze hörlöchen äh wir spielen retail also ja hier 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 ne 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 so ich brauche ein Ziel wir hatten zwar Klassik überlegt aber nein oh das ist ja wieder Horrorspast okay mhm nein einfach nein ich habe kein Ziel das ist doppelter okay ich muss zuerst etwas anwesieren Alter ich will das aufschreiben wie geht das oh ein Folianten mit der Quest Soundeffekte ich will aber nicht meinen Begleiter ich will meine eigene Stirn aufschreiben sieh aus da ha ha diesmal hab ich dich mitgekriegt Oh Mini Donut Essen Nahrung Nahrung Kirchchen selbstgenauern aus dem Herst was zum drinken ich habe hier einen tee stehen und einen vanillekaffee Tee super also dafür gibt es auf jeden Fall schon mal ein Sternchen ins Heftchen bei mir ein Ingwer-Limon habe ich okay zwei Minus Sterne und das denn? Ingwer-Limon ist super geil mit Ingwer kann man mich richtig jagen Ingwer ist aber saugesund ja das stimmt, Knoblauch auch oh geil Knoblauch also schöne Zehe kauen ne Ingwer kann ich gar nicht auch also auf Sushi so ein bisschen ja aber sonst im Tee ne das finde ich richtig widerlich das ist ja echt lecker bei mir gibt es Schwarztee mit Zitrone und Mango ja im Sommer super bisschen fruchtig ne Schwarztee zum wach bleiben ja dadurch dass Salami jetzt hier ist werden wir die alten Missionen wieder angezeigt äh ja weil die Synchro sich halt nochmal komplett äh äh sehr lang ich war grad mit Essen beschäftigt Hölkchen ganz wichtig nicht irritieren lassen die alten Missionen werden angezeigt wenn du jetzt ein bisschen kommen ich hab das so halb mitgekriegt ach so okay ich war zwar gestummt aber ich hab's so halb noch mitgekriegt Schasi geil aus ja ich hab nur aus dem Augenblick gesehen dass es frisches da stand Schasi geil aus nicht so wie meiner gerade immer denn er hat mich dabei aufs Schoffe neid gepackt oh da werden Linda Mike wieder wir brauchen auch jeder drei von diesen essenzen wb luna ja für gesamtvorschrift von kapitel 2 müssen wir das ja ich bin allzeit bereit ich auch bald ich will die ganzen sachen nur einmal abgeben dann können wir rein ja vielleicht finden wir ja noch jemanden dann können wir sogar komplett in der fünfergruppe rein wir können auch zu viert eigentlich reingehen also wir müssen uns nicht random anmelden solange wir nicht durchgecarriert werden müssen wir ja schon da sein sollten wir nicht durch den die level synchron die armen geister ja die sind schon gestorben jetzt kommt ja ganz bitter warum laufen wir eigentlich freue ich mich gerade was denn nicht oh ja dann kann ich in der zeit essen gute idee ja ich habe alle missionen soweit glaube ich fertig die wichtigen alles wiederholung was ich hier hatte ja das ist durch die quest in ko ja aber gerade mal geguckt ob ich irgendwo noch eine neue habe für mich aber nicht sind авать das ich bin weg ich glaube wir müssen dann nochmal ein rotes machen ich die Du hast keine dürfte Kletterung genommen. Hm? Ja, ja, das ist bei mir. Die mit dem Volkleiter. Kann ich denn hier noch rausnehmen? Warte. Mach doch nicht so weit. So. Und. Und. Fenster, Schrott. Alles, was keine Mietezeit raus. Ich habe mich jetzt Heiler markiert. Sicher. Und. 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 Seine Spielsuche nochmal, aber... Ja, Luna? Puhig. Dan, kennst du den Weg zum Bollwerk? Nee, nicht mehr. Aber du bist ja hinter uns, alles gut. Ich bin hinter uns, ja. Ja, momentan seid ihr noch ein Stück schneller als ich kann sein. Nee. Genau gleich. Sollten wir zumindest sein. Ich hab jetzt die Reitpassive glaube ich noch nicht. Yay! Brumm, 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 brumm. Dann machen wir erstmal hier das Bollwerk, ne? Dann den Blutkessel. Das ist eigentlich so die Reihenfolge. Ich halt mich ganz an dich. Ich hab hier keine Ahnung. Nö, ne. Ich folge nur. Kraft und Ehre. Für die Orte. Mhm. Alles annehmen. Annehmen. Glar mit? Annehmen. Ah ne Das war's für heute. ich bin ja wie gesagt für ein stream werde ich mir da keine addons holen oder ich darf ja das einfach mal installieren das muss auch nicht sein aber vor allem für das was wir jetzt machen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt einfach weil da kriegst du auf die schnauze da zwischendurch ja waren ja auch drei gruppen und für das bisschen was ich spiele wo ich sowieso keine würde jetzt aktiv durchgehend spielen dann dann sehe es vielleicht anders aus wir sind genug holzvorräter dass wir alle sie voll kriegen es gibt genug es gibt genug also es gibt hier mehr als genug ich bin ein shadowlands enjoyer ich wurde verängstigt ich wurde leider verängstigt deswegen wurde gezogen ja ja alles gut das war die furcht die furcht die ich habe angst panik gut an so einer gruppe ist wir können jetzt hier ganz gemütlich durch das stimmt wird entspannter als vorgestellt wir haben ja sechs ich bin leider verdammt froh dass du hier im Du, ich hab hier meinen Seelenfrieden. Ruhe und Frieden. So, ich hab mein Feuerholz fertig. Ich nicht. Ja, hier links ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Eine fehlt auf jeden Fall noch. Eine, dann hab ich sie auch fertig. Ja, hier direkt links. Ja, ja, erst mal hier. Er ist Gegner, der an Kisten. So lange links nichts ist, was wegläuft. Der Boss kommt gerade, ist die Patrouille. Bei denen ist die Kleinen, weil die Heiligen draußen. Okay. Das könnte jetzt etwas weh tun. Zurück! Und... Schnell! Heilt mich! Wollen wir nichts mitteilen. Oh, hast du endlich mal wieder Stoff bekommen. Dann kann ich gleich mal gucken, ob ich was Neues anziehen kann. Jetzt hab ich mein Holz auch fertig. Ja, aber Dan hat jetzt richtig coole Schultern auf jeden Fall. Ja. Hm, 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 hm. Jetzt mal anziehen die Schultern. Aber ich reagiere noch keine. Yay. Ich liebe immer noch meine Hörner. Gut an Innis sind, die sind so schön stumpf. Man muss nicht nachdenken. Man rennt da einfach durch, haut die Wasser. Und dann ist gut. Ist so wie bei Final Fantasy, wo du so hindurch denken musst, ne? Ja, doch, es gibt ein paar Sachen, wo man manchmal nachdenken muss. Äh, wer noch mal kurz weg... Hätte aber ein Auge auf den Schatz. Alles gut, Luna. Die Zeit ist ja recht ruhig. Sind ja alle grad so nett. Friedlich. Zu Not hast du auch noch deine Mitspieler, die auch immer mal wieder nach rechts oder links gucken können, um auf den Chat zu schauen. Das stimmt. Richtig. Das stimmt. Gut, wir haben gleich sechs Stunden. Heeeey! Ich sag schon... Das geht schnell. Jetzt wird's gleich intensiv ein bisschen, ne? Weil's gleich mehrere auf einmal kommen können. WoW verfliegt die Zeit. Ich sag's immer wieder. Gut, dass ich in WoW nicht tanke. Glaub, das wäre tatsächlich nur ein Spiel, wo ich nur die Idee mache. Schau mal, ne? Es ist kein Hexenwerk, so. Hau's halt auch nur auf die Viecher drauf. Vorher hab ich viel getankt, aber man muss halt ja auch ein bisschen vorsichtiger... Ein bisschen vorsichtiger muss man schon sein als ein FF. Nicht unbedingt. Also man kann hier schon ordentlich Gas geben. Ist halt immer so die Sache, ob man das will oder nicht. Nein. Eher ebenso. Also wir spielen grad wirklich sehr entspannt. Also normalerweise holt man hier zum Beispiel den ganzen Raum und bombt den dann weg. Das schafft man halt auch schon in der Gruppe. Aber es muss halt nicht sein, ne? Es ist halt sehr viel Stress dann. Wir haben ja heute Gott sei Dank alle Zeit der Welt. Mit... Richtig. Genau das ist es. Ja, da ich mich ja eh erstmal mit den Heider komplett gewöhnen muss. Ja, eben. Passt ja auch eigentlich für alle so. Ja. Ich bin halt zum allerersten Mal Priester. Oh yeah. Ich bin das erste Mal mit einer Gruppe drin. Stimmt, ne? Das erste richtige Dungeon, glaub ich auch, ne? Alleine hab ich das ja halt gemacht, ne? Ja. Als ich 50 war, aber... Ja, ja. So, sowieso. So bist du so mit Overlevel. Das zählt halt nicht, ne? Ja, ne? Aber ne, das erste Mal tatsächlich nicht. Das erste Mal. Ja, der Boss hier kann eigentlich auch nix interessantes so. Doch, gut aussehen. Ja, da kommt ab und zu mein Add, glaub ich, und du warst dann auch. Gesundheit. Fress mein Tierchen. Ein Röpf. Fress dich satt. Das Tierchen. Selbstheilung. Es ist noch nicht vorbei. Nicht. Er hat recht, es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch ein Loch. Es ist ja wirklich so. Oh yeah. Ich hab vergessen, dass wir in eine Indie reingegangen sind. Es ist ja mein Buff war ja, und ich habe einen verflogen. Erstmal aktualisieren, ja. Ach, Ausfall? Ja. Ja. Yay! Sind schon wieder Silvester? Ne, derjenige, der Getötter hat das einfach nur nicht getroffen. Ach so. Ihr habt euch vielen Herausforderungen gestellt. Zu schade, dass alles umsonst war. Schon bald werden sich eure Völker meinem Lord beugen. Der Trick bei diesem Boss ist nicht da in diesem Feuer stehen. Also Feuer böse. Genau. Mein Lord wird eure alle Hände sein. Ich hab die Sequenzen endlich mal durchgehört. Das letzte Mal ist es direkt abgebrochen. Er war schon direkt wegrollen. Ja. Das war dann ja direkt schon... Gucci. So, hier eine Kiste gibt es dann Loot. Oh, das war schon das Höllenfeuerballwerk. Süß. Oh, meine Ananas. Hoch. 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 Oh, Level 50, das dauert noch ein Weichchen. Ja, ich habe direkt lila Schultern näher bekommen. Direkt die blauen Maaustarten, die ich da bekomme. Einmal. Mehr Heil-Performance, das brauchen wir. Einmal. Wenn wir größere Puls spielen. Einmal. Ähm, jetzt könnte man noch die andere machen, die ist oben. In dem Loop-Kessel. Hm. Oh, ja. Hui. So richtig offiziell, weil sie gerade nicht fast meine nächste Mission wäre. Bei uns. Ja, ja, ja. Ganz viele jetzt hier. Mal hier mal loswerden. So. Das ist zerschmettete Aal, da könnte man eigentlich auch reingehen. Hm? Hm. Also, das liegt an euch hoch. Wir sind egal. So gut, es geht nach Reihenfolge halt. Ja, dann Blutkessel der. Das schmetterte Hallen ist erst ab Level 70, der wirklich verfüllt war. Von damals. Wir müssen jetzt erstmal wieder da oben rauf. Äh, ne, ich glaube, wenn wir auf die andere Seite laufen, geht's schneller. Ja, zur Zeit, dann kann ich essen. Ja, ja, ja. hopefully an people. Kyse. Untertitelung des ZDF, 2020